ja moin ihr lieben willkommen zurück ja produktvorstellung ein ringlicht ist bei mir gelandet und warum das nicht nur was für beauty videos ist sondern auch für fotografen interessant das schauen wir uns mal im detail an also dranbleiben hoffentlich spannend ja moin ihr lieben willkommen zurück ja heute kleine produktvorstellung die firma ken faith also k&f konzept vielen ein begriff rucksäcke stative filter und so weiter hat kontakt mit mir aufgenommen und hat mich gefragt ob ich mal was ausprobieren möchte testen möchte und ja sie haben auch beleuchtung sehr vielfältiges programm und ich habe mich mal für so ein ringlicht entschieden weil es gibt doch für mich einige anwendungszwecke wo ich das gut gebrauchen kann und von daher haben wir ein bisschen hin und her geschrieben jetzt ist das da ich habe es jetzt auch schon öfter eingesetzt und ich möchte euch das mal zeigen und ich finde das ist schon cooles feature auch wenn man in häkchen nur fotografiert und keine videos macht kann man damit wirklich dufte dinge machen von daher wir schauen ein bisschen ins detail ja als das ganze ankam es war schon handlicher karton war ich überrascht wenn man das dann mal so alles ausbreitet alles sehr sehr gut verpackt und alles vor allen dingen sehr wertig und ich habe das dann mal nach und nach alles ausgepackt und war über den umfang dieses sets doch sehr überrascht denn was zum beispiel so eine geschichte ist wenn man sowas bekommt habe ich schon ein paar mal lebt auch bei anderen lichtstativen und so weiter am besten stellt man die erst mal drei wochen auf den balkon weil die dann doch einen plastik geruch haben dass man umfällt das war hier überhaupt nicht der fall das fand ich schon mal als allererstes wenn man solche dinge öffnet sehr sehr positiv dass das überhaupt kein eigengeruch hat und hab das dann mal alles ausgebreitet wie gesagt ein sehr sehr großer funktionsumfang dieses ringlichtes ihr seht jetzt ja auch schon die einige details im video und man hat also dort die möglichkeit dieses ganze mit den ständern nach seinen wünschen anzupassen sind insgesamt drei smartphone halterungen dabei und auf der homepage ist das alles sehr sehr gut beschrieben was man damit anstellen kann es geht halt auch so ein bisschen um multi cam geschichten die ich damit machen könnte also wenn ich jetzt mit mehreren iphones filme multi cam oder wenn ich jetzt zum beispiel andere dinge dort montieren möchte habe ich also die möglichkeit und kann mikrofon auch an das an den ständer halt anbringen und von daher sehr sehr vielfältig was ich sehr sehr gut finde ist die verstellung des ständers denn auch da habe ich andere lichtstative mit normalen flügelschrauben die so naja wo man immer so denkt der ständer ist da ein beiwerk den packen wir einfach dazu und das ist jetzt nicht so dolle das ist bei dem k&f konzept komplett paket völlig anders also ich habe halt hier ähnlich wie man das von guten stativen kennt ich mag halt diese art öffnung halt diese verschlüsse wo ich also ganz ganz schnell korrigieren kann und die höhe einstellen kann darüber hinaus natürlich das ringlicht selber was dreistufig ist also ich habe halt normales weiß ich habe eine warme farbe ich habe so ein blauton kann den halt in der helligkeit halt über diesen schalter natürlich einstellen und das ganze was ich auch vorteilhaft finde und das ist für mich so ein anwendungszweck zum beispiel im sommer mal draußen sitze und mein video aufnehme kann ich das einfach irgendwo hinstellen und da das usb anschluss ist kann ich zum beispiel eine powerbank nehmen oder halt jetzt normalen ständer normalen adapter halt in die steckdose auch das ist selbstverständlich möglich aber auch diese usb geschichte finde ich interessant denn so kann man das teil einfach mal draußen irgendwo hinstellen trotzdem hat man dann kennt man ja man sitzt vielleicht auch im schatten da bin ich ja so ein profi und so kann ich das gesicht halt beleuchten das ist auch jetzt hier vor mir das heißt also in meinem gesamt setup steht also dieses ringlicht jetzt genau vor mir und beleuchtet halt mein gesicht anderer einsatzzweck und das war für mich halt interessant da ich ja ab und an bei instagram mal live gehe über diese story dass ich da mal live was mache das mache ich dann nicht mit der sony zv1 die mich jetzt filmt sondern ganz einfach mit dem smartphone ist diese halterung in der mitte des rings natürlich super sehr sehr stabil ich kann das im hochformat im querformat einspannen es gehen eigentlich alle smartphone größen da rein es ist auch sehr straff das muss ich schon sagen und dann einfach zack online gehen und trotzdem bist du beleuchtet und das finde ich dafür fand ich es halt für mich sehr interessant halt für diese instagram live geschichten oder halt zweiter anwendungszweck wenn ich kameras präsentiere und das mache ich ja meistens dann doch am tisch das finde ich auch oft mit dem iphone aber habe dann hier halt eine komplette zimmer beleuchtung an und baue halt nicht hier die ganzen anderen lichtstative auf so dass dadurch dass es halt sehr stabil ist kann ich das halt auf dem stativ lassen kann es runter stellen smartphone hängt drauf ich kann da drunter halt meine kamera zeigen und trotzdem ist das alles sehr sehr schön beleuchtet also von daher glaube ich halt oder wenn man zum beispiel kann mir gut vorstellen das werde ich mal ausprobieren indirekte beleuchtung oder halt wenn ich jetzt wirklich details fotografiere von kameras ist das halt auch dafür super einzusetzen indem man halt wirklich nah rangeht das darüber positioniert anpasst von der helligkeit von der lichtstimmung her finde ich das also eine sehr sehr gekonnte komplettlösung also von daher nicht nur ein beauty ring wofür die ja immer so ein bisschen verschrien sind sondern gerade glaube instagram live für mich halt für die detailaufnahmen wenn ich kameras hier habe oder halt auch einfach mal für ganz ganz spontane aufnahmen übers handy mit der filmic pro app zum beispiel und dann zum ringlicht wenn man mal kurz was filmen will super geschichte also von daher war ich da schon wirklich beeindruckt man kann das ja erweitern beliebig es gibt da auch zwei größen und von daher sehr gut verarbeitet riecht nicht und es ist wirklich wertig und das für den preis fand ich schon wirklich interessant also von ja so gesehen für mich schon lohnenswert muss ich schon sagen und fügt sich sehr sehr gut in das licht setup mit ein und ich denke mal dass das eine gute idee ist vielleicht damit ein bisschen kreativ rumzuspielen und das will ich in den nächsten tagen und wochen mal machen ich habe unten unter dem video mal verlinkt auf das produkt selber und halt auch auf die homepage also dort gibt es auch andere feine dinge für fotografen stative da gut bin ich jetzt momentan nicht so der ansprechpartner für aber stative dann rucksäcke und 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 die erweitern ihr programm ich weiß da kommen halt jetzt auch noch in zukunft und auch im kommenden jahr spannende geschichten von daher schaut da ruhig mal rein wen das interessiert wenn ihr fragen dazu habt schreibt er sie mir gerne unten rein ansonsten habt ihr ja einiges an details gesehen ich kann eine empfehlung dafür aussprechen ich finde das ist ein nicht nur für youtuber sondern auch vielleicht für den einen oder anderen der mal so eine lichtquelle möchte oder vielleicht ja auch mit diesem youtube thema mal einsteigen möchte hat man zumindest eine gute beleuchtung für einen interessanten preis wo man mit seinem smartphone einer lichtquelle arbeiten kann ich werde das häufiger einsetzen in jedem fall mal abends draußen instagram da habe ich schon letzten tage getestet von daher wollte ich euch das einfach mal vorstellen weil das mal was anderes ist und vielleicht ist das ja was für euch ok kurz und knackig das soll es gewesen sein ich hoffe das hat euch ein bisschen spaß gemacht ansonsten wünsche ich euch was schönes werdet und bleibt gesund und munter bleiben ihr lieben vielen dank für die aufmerksamkeit tschüss